59 Spiele, 11 Siege und das unter mal wieder, typisch VfB, unter drei Trennern insgesamt. Und ein Moinzen zu den Stichpunkten nach 0 zu 1 gegen Wolfsburg und die sollten diesmal auch hoffentlich stechen. Bezeichnend, weil ich habe auch Twitter einen Screenshot gesehen aus dem Live-Ticker vom Spiel und der ist einfach grandios, der bezeichnet alles gerade perfekt so. Stuttgart ist permanent am Ball, doch es kommt nichts dabei heraus. Weil so war es da gegen Wolfsburg. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass wir da wirklich ein Tor machen werden. Ganz zum Schlück logischerweise noch ein bisschen ganz zum Schluss Druck gemacht. Klassiker wahrscheinlich von Scheiße, die Zeit läuft uns weg, wir liegen ja hinten, oh Gott. Jetzt müssen wir doch was machen, so der Klassiker von zu spät raffen, um was es geht. Und dann aber auch einfach nicht fähig gewesen, um was noch auszurichten. Wie gesagt, ich dachte nicht, nicht mal in der 90. Egal wann, über 90 Minuten, ich dachte nicht, dass wir hier ein Tor schießen. Hatte ich nicht im Gefühl. Und das eben in so einer Abstiegskampfkonkurrenz und Abstiegskampfkonferenz eben auch. Vor so einer Kulisse noch, bei so einem Wetter, auf den Platz gegangen. Ja, und die sind wohl wirklich auf den Platz gegangen, haben sich gedacht, ey, komm, ob man heute gewinnt oder nicht. Wen juckt's? Und Platz 18, da stehen wir jetzt. Tabellenende, Tieffunkt erreicht, tiefer wird's tabellarisch nicht mehr. Und das eben nach, ja, durchaus gescheiten Spielen. Bayern gescheites Spiel, Frankfurt gescheites Spiel. Und dann halt, sprechen wir oft genug drüber, der Klassiker, typisch VfB in dem Spiel gegen Wolfsburg. Nicht ganz der große Name, nicht ganz die große Bühne. Und wie vorhin angesprochen, wieder bezeichnend da vor sich hergekickt. Schalke, Hertha, ein Punkt vor uns. Hoffenheim nun zwei Punkte vor uns. Bochum mittlerweile fünf durch den Sieg gegen Leipzig. Köln ziehen Punkte vor uns. Der hat ja so ein bisschen schon seit Wochen ein bisschen im Blick. Die kommen wirklich mit runter gerade aktuell. Augsburg acht Punkte vor uns. Heißt, wir haben zwei Punkte Abstand auf Platz 15. Und es sind noch neun Spiele zu gehen. So, das ist gerade der Fakt. Die Ausgangslage, ohne zwar schönreden zu wollen mit den nächsten zwei Punkten, klar. Aber wir hatten auch schon schlimmere Ausgangslagen. Wir waren auch schon weiter weg vom rettenden Ufer von Platz 15. Der reichen würde erstmal fürs Ziel Klassenerhalt. Und haben trotzdem die Klasse gehalten. Und Platz 18 hatte, glaube ich, auch schon mal eine andere Aussagekraft. Platz 18 ist krass. Ist hoffentlich der Nächste, der 25. Keine Ahnung was. Hallo Wachruf in der Saison. Haben ja viele davon. Hoffentlich sitzt dieser mal endlich. Aber er hat trotzdem schon mal eine andere Aussagekraft gehabt. Weil einfach alles so dermaßen eng ist da unten. Und sich einfach jeden Spieltag tabellarisch ändert. 27 Punkte. So kann man diese restlichen neun Spiele auch übersetzen. Es sind vier Heimspiele noch. Fünf Auswärtsspiele noch. Und das mindestens eine Pokalspiel noch gegen Nürnberg. Länderspielpause haben wir jetzt. Und danach sind es drei Auswärtsspiele innerhalb von knapp einer Woche. Union auswärts. Nürnberg auswärts. Bochum auswärts. Zu Hause sind es Dortmund. Gladbach. Leverkusen. Und am letzten Spielgang Hoffenheim. Auswärts sind es Union Berlin. Bochum. Augsburg. Hertha. Und auch noch Mainz 05. Heißt, wir haben noch auf jeden Fall vier direkte Duelle im Abstiegskampf. Das sind noch zwölf Punkte. Oder wenn du es so sehen willst, in diesem Sechs-Punkte-Spiel-Maß, sag ich mal. Dann sind es noch 24 Punkte. Drei davon sind auswärts. Drei für den direkten Duellen. Seit Dezember 2021 kein Auswärtssieg. Aber genug Zeit ist da. Genug Punkte ist hier noch zu holen. Und wenn du es halt nicht schaffst, die direkten Duelle für dich zu entscheiden, auch mal auswärts, wieder ein scheiß Spiel zu gewinnen, dann hast du halt den Abstieg auch am Ende des Tages verdient. Mannschaft. Mal provokativ in Anführungszeichen gesetzt. Weil es eben die Frage jetzt, wir haben gerade gesehen, was ist die Ausgangslage, aber hat es diese Mannschaft in sich? Einige Fragen jetzt hier in dem Unterpunkt. Trainer, berede ich ein anderes Mal so. Geht hier ums Team. Walter, Matarazzo, Wimmer, Labbadia. Unter allen Trainern mehr oder minder dieselben Probleme. Bei jeden Trainern Schwankungen gegen gute Teams gut, gegen Konkurrenz schwach. Da ist die Frage, kann das nach vier Trainern, wenn man jetzt ihn schmeißen würde, wo das absolut nicht aussieht, aber wenn man es tun würde noch diese Saison, mit dem fünften Trainer, kann es der beheben? Kann der es überhaupt abstellen? Oder ist da nicht einfach die Mannschaft selber schuld dran? Wir haben Einzelausfälle, offensiv wie defensiv, die uns immer wieder Punkte einfach genommen haben. Wir haben generell, auch wenn es keiner hören will, auch von den X-Points, also erwartbare Punkte, hätten wir auch unter Badia viel mehr Punkte holen müssen. Wir belohnen uns oft genug nicht. Chancenwucher bei guten Leistungen, auch oft genug angesprochen. Und eben die vielen Fragen, die sich jetzt stellen, die vielleicht auch in dieser Danachie-Pause dann hoffentlich irgendwie in irgendeiner Form behoben werden, in irgendeiner Form trainierbar sind. Aber ist diese Mannschaft trainierbar? Allgemeine Frage. Ist diese Mannschaft mental trainierbar? Die nächste Frage. Und sind manche in dieser Mannschaft vielleicht auch einfach gedanklich genervt und gedanklich schon vielleicht weg beim nächsten Verein, im Sommertransferfenster schon? Weiß ja keiner. So, wir hängen seit 2021, seit dem Sommer, seit Saisonende 2021, von der guten Saison nach dem Aufstieg, hängen wir in einem Loop. So, drei Trainer mittlerweile sind daran gescheitert, am ersten Auswärtssieg seit auf den Tag heute, einem Jahr und 99 Tagen. So, Trainer kannst du austauschen, elf Spieler nicht. Merkst du auch an diesem Dreierwechsel in Frankfurt, Viererwechsel gegen Wolfsburg nach 62. Minute. Klar, einerseits, dann war die Aufstellung vielleicht scheiße. Andererseits, ey, viermal falsch liegen in der Aufstellung, dann sind halt irgendwo auch die Spieler dann einfach nicht am Start. Wenn du vier Spieler nach 62. Minute rausnehmen musst, sehe ich eher die Mannschaft als Problem, als den Trainer, der es aufgestellt hat. Seit der Saison 2021, 2022 sind es nun 59 Bundesligaspiele und wir haben elf Siege geholt. Elf Siege. 59 Spiele, elf Siege und das unter, mal wieder, typisch VfB, unter drei Trainern insgesamt. Deswegen, es ändert sich nicht. Scheiß auf Trainer, die Mannschaft ist mehr oder weniger das Gleiche. Natürlich auch weiterentwickelt und starke Spieler verloren, alles klar. Aber für mich ist zu 100% das Team in der Pflicht. Muss nicht zum 500. Mal ein Trainerwechsel, wenn das Team weiterhin einfach mental und alles nicht da ist. Gegenwind. Und das ist auch ganz klar, was jetzt kommt. Das gellende Pfeifkonzert nach dem Spiel. Spieler stehen regungslos vor der Kurve, lassen sich anbrüllen, lassen sich auspfeifen, alles um die Ohren werfen wahrscheinlich. Es gab ganz, also in meinem Blog zumindest, jetzt kann ich für die ganze Kurve sprechen, aber es gab ganz kurz, leise Bruno-Rausrufe. Die sind ganz schnell umgewandelt in Werle-Rausrufe, die einen Tacken lauter waren, aber auch jetzt nicht irgendwie in einem Kollektiv oder so rausgebrüllt. Wahrscheinlich hat man im Fernseher nicht mehr irgendwie groß gehört, dass da irgendwas war. Aber wirklich lange nicht mehr so ein dermaßenes Pfeifkonzert und vor allem auch in der Länge nicht. Die standen wirklich gefühlt zwei, drei Minuten vor der Kurve und haben sich auspfeifen lassen. Und das auch hoch verdient. Wie gesagt, du hast eine ausverkaufte Hütte, jedes Mal aufs Neue, klar, Umbau weniger drin. Aber selbst die 60.000 würden wir oft in die Richtung kommen, gerade bei den großen Spielen, ist ja auch ganz klar. Und Nummer eins, vor allem tausendmal angesprochen, ich mache es trotzdem nochmal. Wir haben seit einem Jahr und 99 Tagen keinen Auswärtssieg mehr geholt. Und du musst da wirklich gefühlt Weihnachten, Ostern und Lottogewinne auf den selben Tag fallen, dass du irgendwie an die Auswärtsspiele kommst, ticketmäßig. Bochum, Nürnberg, dies, das, das ist ein verrückter Ansturm auf diese Auswärtstickets. Trotz dieser beschissenen Auswärtsserie so, den Support der Fans darf man nicht verlieren. Oder darf die Mannschaft nicht verlieren. Man ist es aber einfach auch, ja, so langsam einfach, ja, satt. Man hat einfach keinen Bock mehr. Man ist es langsam einfach satt, sich diese Mannschaft anzugucken, sich alle zwei Wochen wieder zu hypen. Boah, in Frankfurt war okay, in München war okay, vielleicht haben sie jetzt gerafft. Kommt wieder so eine Leistung wie in Wolfsburg. Boah, Köln 3-0 Heimsieg. Dann kommt so eine Leistung wie auf Schalke. Man ist es einfach, ja, es reicht langsam. Es reicht einfach langsam. Und wenn es weitergeht, dann wird es hier auch nur toxischer werden. Zur Trainerdebatte, beziehungsweise eher einfach zum Trainer, wird es noch ein extra Video geben, weil ich glaube, heute ist Montag. Der wird, glaube ich, nicht mehr entlassen. Aber darüber sprechen wir natürlich auch über Bruno Labbadia. Vielleicht auch ein bisschen Tabellenrechner auch mal jetzt in der Pause angeschmissen. Für ein Video mal gucken. Lasst mir eure Meinung zum VfB, zum Spiel, zu allem, keine Ahnung was, in die Kommentare. Werden ja einige genug Meinung haben, sage ich mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.